Hallo, Clarissa hier. Schön, dass du reinschaust. Bei uns stehen einige größere Veränderungen an, die sich jetzt in den letzten Wochen oder auch schon Monaten abgezeichnet haben. Und ich möchte dich da heute ein bisschen ins Bild bringen und diese Neuigkeiten mit dir teilen und dir auch ein bisschen zeigen, wie du vielleicht von unseren Veränderungen da jetzt auch in den nächsten Wochen profitieren kannst. Ja, sicher kennst du die aktuelle wirtschaftliche Lage. Sicher ist dir auch nicht entgangen, dass sich in allen Bereichen Preise erhöht haben, dass sich Dinge verändert haben. Wir haben Inflation, wir haben ja einfach schwierige Marktumstände und die haben uns eben jetzt auch dazu gebracht, dass wir unseren Happy Shop mit den physischen Produkten, also mit den Produkten, die wir versenden, schließen müssen. Wir versuchen da das Beste draus zu machen, so wie wir es bei Happy Painting eigentlich immer tun. Das heißt, immer schauen, wo liegen die Chancen drin, was sind die Möglichkeiten, wie wir jetzt auch durch diesen Schritt nochmal Mehrwert in die Welt bringen können. Und ja, so möchte ich heute mit dir teilen, dass wir also ab sofort unseren Shop abverkaufen. Das bedeutet für dich, jede Woche werden wir eine Kategorie im Shop reduzieren und du kannst die Artikel, die wir seither zu den herkömmlichen Preisen verkauft haben, jetzt quasi zu Einkaufspreisen im Shop bei uns erstehen. Das heißt, wenn du Lust hast, Schnäppchen zu machen, wenn du Lust hast, dein Malsortiment aufzustocken, wenn du vielleicht schon Produkte im Auge hattest, wo du noch ein bisschen gezögert hast, was möchte ich mir dir leisten, dann ist jetzt vielleicht ein richtig guter Zeitpunkt für dich, mal bei uns im Shop zu stöbern und dich darauf zu freuen, dass ganz, ganz viele Produkte jetzt und in den kommenden Wochen reduziert sein werden. Wir starten jetzt ab sofort mit unserem Pinsel-Sortiment. Und ja, vielleicht kennst du unsere Happy Pinsel ja schon. Wir haben ganz, ganz tolle Pinsel im Sortiment, also Rundpinsel, die man für Aquarell, Gouache, Acryl nutzen kann. Wir haben Flachpinsel, Schwertpinsel, Schlepperpinsel. Also da ist ganz viel da für dich und alle Pinsel sind ab sofort reduziert. Das heißt, du bekommst 20% Rabatt auf jeden Pinsel, den du kaufst. Und so werden wir in den kommenden Wochen auch weitere Kategorien für dich reduzieren. Also bleib dran. Nutz gerne auch die Möglichkeit, unser Newsletter weiterhin zu erhalten oder melde dich an, falls du noch nicht angemeldet bist. Und lass dich überraschen, was da noch so alles kommt. Jetzt als allererstes, die Pinsel sind reduziert. Stöber gern mal im Shop. Und ja, ich freue mich, wenn du da was Gutes noch für dich mitnehmen kannst. Vorrat, solange es reicht. Ich habe keine Ahnung, wie schnell die Sachen weg sind. Was weg ist, ist weg. Deswegen nutze vielleicht die Zeit möglichst zügig, wenn du was Bestimmtes im Auge hast für dich. Und dann habe ich noch ein ganz, ganz besonderes Event, das ich mit dir teilen möchte dazu. Und zwar ist das der 8. Juni. Merkt ihr den schon mal? Samstag, der 8. Juni. Ab 10 Uhr haben wir hier in Leingarten, also bei uns in der Happy Zentrale sozusagen, einen Happy Lager Sale. Ein kleines Abverkaufs-Event. Da bekommst du noch mal mehr Rabatt auf unsere Artikel. Und zwar schon auf alle. Also aufs komplette Sortiment. Egal was. Papiere, Farben, Pinsel, Zubehör. Also egal, was du brauchst. An diesem Tag bekommst du 30% Rabatt auf jedes Produkt, das du bei uns vor Ort kaufst. Und noch dazu warten so ein paar kleine attraktive Topics noch auf dich, von denen wir, ja, wo wir dich noch ein bisschen überraschen möchten damit. Nutz gerne auch die Gelegenheit, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Wir freuen uns riesig, wenn du vorbeikommst. Ich werde vor Ort sein den ganzen Tag. Und auch einige vom Happy Team sind auch mit mir vor Ort und freuen sich drauf, wenn du uns besuchen magst und bei uns ein bisschen shoppen magst. 8. Juni in Leingarten bei Heilbronn. Komm gerne vorbei. Wir haben dafür im Shop einen Ticket verkauft. Das Ticket kostet symbolische 1 Euro. Das ist einfach dafür gedacht, dass wir ein bisschen planen können, wie viele Menschen wir an diesem Tag erwarten. Du bekommst diesen Euro rückvergütet, wenn du bei uns dann in Leingarten zum Shopping kommst. Also, ich freue mich riesig, wenn du bei uns im Online-Shop ab sofort auf Schnäppchenjagd gehen magst und uns damit auch ein bisschen noch unterstützen magst beim Abverkauf und gleichzeitig eben für dich das ein oder andere tolle Produkt noch zu einem richtig tollen Preis mitnehmen kannst. Und B, komm gerne zu unserem Happy Lager Sale am 8. Juni ab 10 Uhr in Leingarten. Tickets ab sofort gibt es hier im Shop. Sei dabei, melde dich an. Und ja, wir freuen uns, wenn wir die nächsten Wochen mit dir ganz viel Spannendes hier noch teilen können dazu.